Nächste Rednerin Elisabeth Motschmann, sie ist kulturpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion. Erinnern, danken, bewahren, das ist das Motto meiner Rede. Die friedliche Revolution 1989 gehört zu den glücklichsten Momenten der jüngeren deutschen Geschichte. Die Erinnerung an dieses Jahr ist Grund zur Freude. Und Frauen und Männer der damaligen DDR haben für ihre Freiheit gekämpft. Das war Mut und dafür können wir jedem Einzelnen danken. Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren, am 7. Juni nämlich, versammelte sich eine kleine Gruppe von Demonstranten in unserer Nähe hier, nämlich vor der Sophienkirche. Sie protestierten gegen den nachgewiesenen Wahlbetrug bei den Kommunalwahlen am 7. Mai in der DDR. Wer den SED-Staat kritisierte, musste mit harten Konsequenzen rechnen. Selbstverständliche Menschenrechte wie Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, freie Wahlen oder freie Medien wurden den DDR-Bürgern vorenthalten. Die Toten an der Mauer, die Inhaftierten in den menschenunwürdigen Gefängnissen der Stasi, die Zwangsadoptionen, die Heimkinder, die Opfer der Stasi-Spitze und die vielen, die unter der permanenten Alltagsrepression der SED-Diktatur zu leiden hatten, dürfen wir niemals vergessen, meine Damen und Herren. Das sei allen gesagt, die die DDR-Zeit im Rückblick verklären. Eine Diktatur kann man niemals verklären, meine Damen und Herren. Aus dem Protest einiger weniger entwickelte sich ein Massenprotest. Eine Bewegung wurde ausgelöst, die schließlich zu den großen Massendemonstrationen in vielen Städten der DDR führten mit den Rufen, wir sind das Volk. Auf diese Demonstranten können wir sehr, sehr stolz sein. Im Westen, aber auch daran will ich erinnern, ergriff Helmut Kohl die einmalige Chance zur Wiedervereinigung. Bereits am 28. November 1989 formulierte er in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag ein Zehn-Punkte-Programm zur Neuregelung der deutsch-deutschen Beziehungen und zur Lösung der deutschen Frage. Er überraschte damit das Ausland, die Alliierten, die DDR-Führung, aber auch die Bundestagsopposition. Helmut Kohl ergriff damit sehr früh und sehr schnell die Chance zur Wiedervereinigung. Ohne die tapferen Polen und ihre Freiheitsbewegung, die Solidarność, ohne Lech Walesa, ohne die Ungarn, ohne viele europäische Mitspieler, sage ich mal, wäre es vielleicht auch nicht so schnell gegangen. Dennoch hat Helmut Kohl zu Recht verdient, als Kanzler der Einheit bezeichnet zu werden. Zur historischen Wahrheit gehört aber auch, dass die Stimmung in Westdeutschland zunächst aber eher kritisch im Blick auf eine Wiedervereinigung war. Ich erinnere mich an Demonstrationen in Bremen, auf den Plakaten und Transparenten war zu lesen, man höre und staune, für die Souveränität der DDR kein Viertes Reich, nie wieder deutsches Reich gegen nationale Besoffenheit. Insbesondere aber auch, Frau Göring-Eckardt, Vertreter der EKD, der Evangelischen Kirche, auch einige Politiker der SPD, standen der Wiedervereinigung skeptisch bis ablehnend gegenüber. Walter Momper erklärte, dass es nicht um Wiedervereinigung gehe, sondern um Wiedersehen. Manfred Stolpe erklärte Wiedervereinigung als ausgesprochen friedensgefährdend. Die friedliche Revolution muss aber unbedingt – ja, auch daran darf man heute noch erinnern, könnte dazu noch sehr viel mehr sagen – was gehört nun zum Bewahren? – Das war ja mein Stichwort, mein Motto. Dazu brauchen wir die Stasi-Unterlagenbehörde, ein Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft, Forschungseinrichtungen, Zeitzeugen, die um Unterstützung der Opfer und ihrer Verbände sowie Gedenkveranstaltungen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich ganz besonders jenen danken, die dafür sorgen. Stellvertretend nenne ich – er sitzt auf der Tribüne – Roland Jahn von der Stasi-Unterlagenbehörde, Anna Kaminski von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und stellvertretend für die Opferverbände Frank Ebert. Ihnen allen sei ganz herzlichen Dank für Ihre notwendige Arbeit. Ich glaube, keine Worte können den damaligen Wunsch von Menschen in Ostdeutschland besser auf den Punkt bringen. Und das möchte ich dann am Ende auch tun als unsere gemeinsame Nationalhymne Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand. In diesem Sinne müssen wir an diese Geschichte zurückdenken. Vielen Dank. Vielen Dank.